Guten Morgen aus eurer Himauerstadtbücherei. Heute haben wir für unsere Superhelden-Fans was mitgebracht und zwar für die Erstleser. Wir haben hier Bücher von Superman und von Batman und die sind ganz toll. Es sind keine Comics, aber ein bisschen comic-ähnlich aufgemacht. Wenn ihr da so reinschaut, dann geht es schon gleich super los. Aber es ist hier das Fließtext und gespickt aber mit Bildern wie im Comic, wie ihr das kennt. Gell, Benni? Und die mag der Benni auch ganz gern, gell, Benni? Schau mal rein da. Super, gell? Und da haben wir auch noch welche von Batman. Das war ein Wunsch von ein paar Jungs und auch Eltern und Lehrer, weil das sehr interessant ist für die Jungs und unser Tipp für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!